Moin Kinders und herzlich willkommen zu Minecraft with Sam. Heute wieder mit dem bezaubernden Julia, dem ultimativen Mac Manious und dem gruben Kind Lovius. Hallo! Der bezaubernde Julia. Julia? Eigentlich habe ich ja ein Leder-Outfit schon anversprochen, aber wenn du magst. Was steht hier vorne? Dumbledore, okay. Dumbledore, Dumbledore. Boah, jetzt habe ich den Zauber und der braucht jetzt nur 760. Na also, viel besser. Was, zwei Ben? Weil ich ein Dumbledore-Ben. Achso, ja, los, komm, hier, zeig mal. Wie muss ich's machen? So, warte. Ich will das bauen. Ja, du brauchst auch noch viel Wolle und das und hier. Na, geh mal her, ja. Leute, wie heißt das überhaupt? Kommt zurück, ne? Arcan Poach heißt das Ding. Ich hab jetzt, äh... Achso, hier gibt's diese ganzen... Schau bei mir auf die Crackerbox. Arcan, nee, warte mal, Arcan, wie? Arcan Poach. Oh, wir brauchen eine Wolle mehr. Wird das mit B oder mit P geschrieben? Hey, Poach. Wieso zeigst du das nicht an? Achso, Arcan of Poach, oder? Nee. Nee, Arcan Poach. Einfach nur Arcan Poach. Das Ding sieht so aus, oder? So sieht das Ding aus. Heißt das nicht Groll? Miestig Enderman. Nein. Du hast es im Inventar. Schau's dir an. Wieso geht das nicht? Achso, achso, achso. So, jetzt gehen wir mal den Arcan Stone, dann siehst du gleich, wie du kannst. Loll. Verbindung getrennt? So, ich brauch nur eins Stein erstmal. Arcan Poach, einfach nur Wolle und diese Stein. Und jetzt kaputt. Okay. Genau. Loll. Ja, genau. Weil ich geflogen bin, wurde die Verbindung getrennt. Ah, ich, das hatte ich heute auch. Ich hab, ähm. Wie hast du schon bei deiner Arcan Pouch? Ich hab nen, na sag schon, äh, nen Crafting Table aufgebaut, hab den Crafting Table geöffnet, dann hieß es eben Shutting Down Internal Server. Dafür brauch ich Papier. Ist natürlich im Kampf richtig scheiße, das muss ich mal sagen. Ähm, Basti? Ja. Aua. Hola. Hallo. Tino? Dia? Wer hat Dia für mich? Äh, mein Dia ist in der Kiste. Gib den mal schnell her. Sag mal, wie konnte ich ihn jetzt hier drüber springen? Gib mir erstmal die Arcan Stone noch, damit ich dann ein Buch fertig machen kann. Oder Julia. Wie viel brauchst du denn? Äh, vier Stück. Äh, die ist ein Wanderer? Ne, du bist der falsche Wanderer. Wunderbar. Ja. Ausgekotzt. Äh, so, was machst du jetzt damit? Daraus mach ich dir jetzt ein Buch. Wie? Ich brauch noch ein Buch. Ich brauch jetzt erstmal nen Leder. Wie heißt das Buch? Ich bräuchte den hier. Bitteschön, hab ihn nur grad geholt. Ähm, andersrum. Darf ich deine... Ja, ja. Du musst mal hier den Rubius ein bisschen leiser machen. So, hast du... Du kannst auf meine Crafter Box zuschauen. Ne, kann ich ja nicht. Kannst du nicht? Ne, kannst du bei der nicht. Das ist immer die ganz normale. Ah, okay. Also du brauchst erstmal ein stinknormales Buch. Und dann gehst du auf die Crafter Box und dann machst du das Buch in die Mitte. Mhm. Dann machst du oben einen Arcan Stone, rechts eins, links eins und unten. Und schon hast du einen Arcan Tauben. Und dann kannst du Zaubersprüche herstellen. Ah, ja, okay. Und jetzt hast du jetzt dieses Buch. Das ist echt das Wort. Gib mal das Buch her. Ach, das ist das. Wir haben jetzt 6 Diamant. Ja, aber... Wow, cool. Du hast noch keine Zaubersprüche freigeschaltet. Was ist die Frage, was wir machen? Weil du musst die mit deinen Levels freischalten. Und ich hab schon einen großen Teil. Klick ich denn von mir wieder, oder? Ja, klar. Ich hab 36 Levels. Oh. Ja, aber willst du die schon... Ne, ne, also wenn du's schon freigeschaltet hast... Dann können wir's aber abgleichen. Dann kannst du vielleicht was anderes holen. Ähm... Machen wir mal kurz gucken. Was halt praktisch wäre noch... Hast du bei Offense Cross... Was hast du da alles offen? Äh... Anguish, Application, Fire, Thunder, Rage. Gib mir mal... Mach mal Thunder frei. So, jetzt musst du natürlich die Rollen herstellen. 23 Level haben die ne Macke. Ja, Feuer. So, jetzt stellen wir ein paar Rollen her. Und zwar, das geht jetzt folgendermaßen. Jetzt gebe ich dir die zwei Zutaten, die du dafür brauchst. Die liegen hier. Äh... Das Problem ist, wieso tun sich die anderen jetzt so rumscrollen? Weil du die Levels nicht hast. Die wollen ja natürlich... Ach so. So, jetzt gehst du auf Right Scrolls. Jetzt wählst du dort das Thunder aus. Klickst einmal drauf, damit's unten rechts jetzt steht. Und dann gibst du oben noch die Zahl ein, wie viele du machen willst. Einen, ja. Mach... Mach mal... Mach mal 10. Ach so, das verbraucht sich immer noch einmal. Ja, es gibt Zaubersprüche, die verbrauchen sich noch einmal. Und es gibt welche, die sich noch einmal verbrauchen. Aber ich hab doch da ein schönes Textdokument gemacht. So, und jetzt? Und jetzt gibst du mir mal die 10 Rollen. Jetzt hab ich ja einfach so die 10 Rollen... Ach so, du hast mir dieses Quill hier gegeben. Genau. Warte mal, wie stellt man das Quill her? Was für Quill? Ach so, die Feder. Ach so, die Feder. Ah, okay. Die Quarz weiß ich, brauche ich definitiv. Nehme ich schon mal mit. So, und jetzt? Gehen wir mal zu einem Testobjekt, komm mit. Ich bin jetzt auf alle Fälle mal ein bisschen Materialien farmen diese Folge hier noch. So, suchen wir mal ein Testobjekt. Mhm. Ah ne, so ging ja gar nicht los zu uns. Wo haben wir denn hier ein Testobjekt? Bestimmt eins geben. Kino! Da ist eins! Was möchten wir mit den Diamanten machen? Achtung, jetzt pass auf. Gute Frage. Ne Diapic X wäre ja mal ganz... Geht mal wieder her. Wart ihr das? Ja, das waren wir. Okay, dann ist gut. Ja, wie eine. Welche Materialien hast du gerade eben verbraucht? Du kannst eh nichts machen. Du hast keine Arcane Energie in deinem Poach. Das ist das Problem. Wie jetzt? Du brauchst Arcane Stones. Das ist das nächste Knibbel. Und zwar das Arcane Säckchen, was du da hast. Ja? Das musst du mit den Arcane Steinen füllen. Ich habe ja Steine. Ja, dann machst du jetzt Rechtsklick auf deinen Arcane Poach. Und dann werden die direkt in dein Säckchen rein transferiert. Ja gut, ich habe keinen Inventar. Na dann komm, dann gehen wir mal schnell wieder nach Hause. Exotalarm war das? Ich kann dir auch einen eingeben. Hier. Ja. Mehr bringt ja nix. Ja doch, das kannst du ja benutzen. Du wirst es ja benutzt haben. Ja. Ich will ja jetzt mein eigenes voll machen. Ich brauche es ja. Ja okay, dann gib mir meins mal wieder. Vorsicht, hinter dir ist ein Creeper. Vorsicht, ich wäre beinah runtergefallen. Mich schießt ein Skelett ab. Geh weg, bleib draußen. Ich will dich nicht. Ich habe einen Mana Creeper getötet. Oh shit. Dann kriege ich meine Arcane Steine. Ja warte mal, hier ist noch ein Creeper. Noch ein Creeper? Ah, warte mal, ich könnte meinen Zauber mal anwenden. Oh, ich könnte meinen Zauber anwenden können. So. Was ist? Na, Öle durften wir abbauen, ne? Unter uns. Ja. Ich glaube schon. Warte dein Mana hier. Man sollte halt nicht unbedingt unter eines der zukünftigen Grundstücke großartig. Das wär ja meinst. Ich habe anderthalb Stacks. Cool. Was? So viel? Ja. Krass. 1200 hab ich jetzt hier drin. Okay. So, und jetzt brauche ich ähm. Ich brauche nicht mehr Materialien. Jetzt brauchst du nur das Thunder auswählen. Das Buch brauchst du gar nicht mehr. Das kannst du erstmal. Thunder. Jetzt verbraucht er wieder meine Materialien. Wieso denn? Was denn für Materialien? Die Quill und die Rollen, das Pergament. Achso, brauchst du oder was? Nö. Mach dir ruhig. Das Pergament ist ja super easy. Paper. Toll. Ja die Quills sind zwar schon eine andere Sache. Da brauch ich Hühner und Tintensäcke. Ja. Wasseratmung. Hast du keine? Nein, hab ich nicht mehr. Das sind meine letzten die du hast. Alles ist in Ordnung. Alright. Uh, da habe ich ja voll viel übersehen. Hier ist ja auch noch welches. Ich habe mir jetzt ein paar Countstones. Gott, wie kann ich nur Essenzohr hier liegen lassen? Uh, das war knapp, das war Kies. Boah, ich werde das mal von außen mit beobachten, wie das mit dem Blitz aussieht. Aber setz das nicht gegen mich ein, ich brenne sonst. Achso, okay. Bist du da nicht tot? Obwohl du mit dem Blitz? Nein, bin ich nicht. Oder? So, wartet mal. Aber, ihr habt die Zeit. Komm, mach die Zeit. Komm, mach die Zeit. Ihr habt die Zeit im Blick. Zeit im Blick, ja. Wir haben acht Minuten erst hinter uns. Ich habe sie in mir. Warte, warte, warte. Du musst doch schön stehen bleiben, ne? Okay, mach es. Mach es. Komm. Ja, Junge. Loll, ein Herz, ernsthaft. Ein Herz? Ich brenne mich mal. Nicht viel? Warte mal. Also laut Minecraft Notch, wenn man vom Blitz getroffen ist, dann halt tot. Warte mal, ich probiere es noch einmal. Das ist mein Herz. Die Rollen, bitte. Hm. Komisch. Das ist nicht viel, du. Echt nicht viel. Da fand ich dieses Slower, fand ich nice. Da war das hier stärker, oder? So. Ja, hör mal auf. Ich habe ein bisschen Eisen. Warte mal, dieses Slower. Ne, da habe ich nicht mehr viel. Machen wir es noch ein Weg zurück. Ich habe noch zwei Rollen von Disarming und drei Rollen von Frost. Da warte mal. Ich schaue mal Papier, Papier, Papier. Ohne super. Achso, stimmt. Ich könnte die Rollen ja herstellen, wenn du das Zeug hast. Ja, Rollen habe ich noch. Quill, wie sieht es damit aus? Ne, eben nicht. Ich habe auch... Insects habe ich auch keine mehr. Können wir mal pennen gehen? Können wir mal pennen gehen? Können wir da gerne machen, ja. Ist jemand in der Nähe vom Bett? Ich? Nein. Hau dich mal rein. Ja, ich komme nach Hause. Ich gehe nach Hause. Ich gehe nach Hause. Boah. Ich glaube, in der nächsten Aufnahme gehe ich nochmal in den Netto und hole nochmal ein paar Mimisite. Ja, stimmt. Hier war ja die Spalte. 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 Was war da dran lustig? Die Spalte. Wie ihr schon sagt. Spalte. Ich glaube, das brauche ich auch für meine Kristalle dann, wenn ich mich nicht erinnere. So, jetzt haben wir schon mal krass. Jetzt müssen wir kurz überlegen. Kopfkratz, Kopfkratz, Kopfkratz. Tut mir halt leid für meine Zuschauer, dass es halt so total unspannend ist, weil ich halt jetzt ein bisschen farmen gehe, aber es hilft halt nicht. Ein, zwei Folgen müssen wir da jetzt leider durchhalten. Warte mal, was brauche ich, um... Ja, das ist aber... Das ist normal. Eine Feder und eine Quill. Ne, was brauche ich, um den Dia zu dappeln? Mimisite. Mimisite, genau. Mal schon kurz gucken, wie sehen die aus? Mimimi, Mimimi, ach die Dinger. Habe ich drei Stück? Ich habe auch nochmal drei, dann bräuchte ich noch zwei. Aber ihr müsst den Stein auch machen, den Staub. Und dann? Nee. Dann einfach nur... Doch, musst du... Also, ich habe vorhin welche abgebaut gehabt. Da gibt es keine Staubform davon. Und die... Genau, die sind einfach wie, wenn du einen Diamant abbaust, hast du einen Stein genommen. Echt? Mhm. Hä? Hast du vielleicht noch verzaubertet im Staub? Und dann nochmal, wo, wie? Was? Wie ist den Doppel, den Dia? Du brauchst acht Stück von den Mimisite. Um ein Dia zu doppeln? Ja. Du findest genug im Neta davon. Ich war da eben. Oh ja. Ja. Ist das gefährlich? Ja. Und du musst es eigentlich fliegen können. Weil, wenn du da irgendwo runterfliegst, dann ist es schwer zurückzukommen. Und dann... Geht um einige schneller, wie wenn man mit, äh, 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 diesen anderen Mod arbeiten würde. Ähm, wie heißt er denn nochmal? Ähm. Da vergessen. Ah, ich hab auch grad welchen gefunden. Mimisite? Ja. Wo denn? Achso. In der Höhle. Ja, gibt's auch in der normalen Welt. Ja, genau. Gibt's in beiden. Im Neta ist es halt leichter, weil die halt leuchten und im Neta gibt's halt nicht viel, was leuchtet. Ich hab hier grad richtig Glück an Arcan Stones und sowas. So, ich geh in den Neta. Du gehst in den Neta? Ja. Na, ich brauch die Mimisite. Ich will die Dia stoppen. Ich brauch ne, ich will mir ne ordentliche Rüstung, ein Schwert noch bauen. Oh ja, das glaub ich, das wird aber noch dauern. Das ist alles andere sinnfrei. Da brauchst du richtig viel Mimisite. Ja, ich brauch zumindest ein Dia Schwert. Ich hab mir Dia pickaxed. Du hast gesehen, was da passiert mit deinem Dia Schwert, wann ich gegen dich kämpfen würde. Es ist weg. Ja, ist aber egal, was ich in der Hand hab. Also es wär halt nur wieder irgendwo schlauer, wirklich eigentlich eher auf... Kriegt man das nachher Zeit nicht wieder? Ja, ja, nach paar Sekunden. Ähm, warte mal, das Portal ist ja hinten. Ja, das dauert aber, wenn ich wegkriege die ganze Zeit mit meinen Air Sigil, dann frost ich dich vorher. Ja gut, aber man kann nicht immer richtig reagieren. Und wenn man nur einen Hit austeilen kann mit dem Schwert, hat man auch schon mal den Hit ausgeteilt. Ja. Ich weiß nicht. Also ich verlass mich auf mein Zaubern. Ja sicher. Das ist schon klar, aber ich will zumindest ein Dia Schwert dabei haben. Also bei mir zum Beispiel jetzt hättest du mit dem Dia Schwert super Chancen, würdest du vermutlich sogar gewinnen. Ja. Sagst du wie es ist, weil ich baue mich halt wirklich extrem langsam auf. Ich versuche mich grad ein bisschen relativ schneller zu beeilen. Ja, das versuche ich auch. Deswegen bin ich jetzt extra, äh, farm gegangen, dass ich mal ein bisschen Raummaterial habe. Wo ist ein Creeper? Wo war'n dieser scheiß, wo war'n dieses scheiß Portal? Äh, einfach geradeaus durchgehen oder brauchst du die Koordinaten und kann ich sie dir geben? Wo? Wo? Kannst du einfach die Koordinaten kurz einspeichern als Waypoint. Ja. Oh, ich hab mich grad ein bisschen verlaufen. Warte, ich muss mich noch mal kurz hier in Sicherheit bringen. Aber es geht weiter. So. Hier ist eine Hülle, wo ich eigentlich weiterbauen möchte. Da unten ist, da unten ist Obsidian. Ich sag Bescheid, wenn du kannst. So. Okay. Äh, X ist minus 610. Warte, warte, warte. Waypoint. Add. X ist 610. Minus 610. Ja. Z ist 360. Z. Ja. 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 Und Y ist 78. Ich hab ein Diamanterz gefunden. Cool. Es war nur eins, aber scheiß drauf. Besser wenigstens. Besser als keins, ja. Ah. Okay. Du warst ja schon mal ein bisschen schon unterwegs. Es sind sogar zwei. Ja, es sind zwei. Super geil. Oder auch drei. Na jetzt hat aber der Logios hier Glück. Immer noch ein bisschen diagonal bauen. Wenn du welchen gefunden hast. Ich? Ja. Immer diagonal noch die Blöcke im Umkreis abbauen. Okay. Diamant kann verwurzelt oft diagonal. Ich möchte jetzt erstmal einen Zaubertisch machen. Am besten. Für uns. Einen Zaubertisch. Einen kleinen. Ja, baue aber den bestimmten da. Den besonderen. So. Ich bin mal am Netappen später. Welche Zeit haben wir uns? Es gibt zwei. 15. Es gibt zwei Zaubertische. Es gibt nämlich einen, da kannst du selbst auch wählen, welche Zauber du haben möchtest. Ja. Okay. Wichtig ist, wenn du den Zaubertisch hast. Wie heißt der? Kannst du mal kurz gucken? Äh, ich bin gerade in der Höhle und kämpfe gegen Zombies. Wichtig ist, wenn du diesen hast. Ähm. Das Spiel muss unbedingt auf, äh, auf Deutsch sein. Sonst stürzt Minecraft ab. Bei was? Bei diesem speziellen Zaubertisch, den es gibt. Okay. Okay, zack. Okay, ich muss dann wohl auch die Shaders mal kurz ausmachen. Im Netta. Ja. Ja, die ziehen zu viel, finde ich. Gut. Sollte reichen. Hoffe ich. Gut. Ähm. Ich hab kein Schwert. Wie fies ist das denn? Kann ich jetzt mit einer Spitzhacke gegen ein Skelett kämpfen? Ernsthaft? Das ist noch ein Diamant. Das wollt ihr mich verarschen? Das ist doch unmöglich, oder? Hier Diamanten. So. Ich bedeck mich jetzt hier und hoffe, dass kein Skelett mehr kommt. Und ihr sagt, das leuchtet so komisch, ja? Ja. Ja, das ist lila, also so ein lila Leuchte-Effekt. Ja. Guck gleich mal, wie der, ähm, Zaubertisch war. Okay, das ist ja überall an der Decke. Einfach Zaubertisch eingeben? Äh. Ich glaube, ja. Ich schau gleich. Ich, äh, muss nur kurz mal Eisen braten. Demonstriöser Verzauberer. End. Zino, wieso bist du so schlau? Weiß ich nicht. Ich hab keine Spitzhacke mitgenommen. Ah, es ist nicht so schlau. Na doch, Wetter. Ähm. Ja, nur den normalen, also ich sehe nur den normalen Zaubertisch. Ah, der müsste aber hier auch da sein. Oh je. Boah, Alter, wie viel ist von dem Zeug da oben? Ja, ich weiß. Das ist richtig gut. Warte, 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 warte. Nein, ich weiß es gerade echt nicht. Ah, okay. Ist nicht schlimm, ist nicht schlimm. Dann baue ich halt erstmal die normalen. Du kannst später einen Zusatz bauen, den du dann einfach oben drauf packst. Das siehst du, dann ist ja kein Problem. Ich nehme jetzt erstmal vier Obsidianen oder sowas mit. Damit wir erstmal ein bisschen was haben. Was mache ich, wenn meine Spitzhacke jetzt da oben ist? Dann gehst du nach Hause. Ja. Oh man, es gibt kein Holz von der Workbench, ne? In den Etagen. Nein. Doch, es gibt da Bäume, warte doch. Ja, stimmt. Mein Spiel backt gerade so dermaßen, dass immer wenn ich im Menü bin, alles andere um mich herum grau wird. Echt? Mhm. Boah, Leute, Leute, jetzt. Boah, ich hasse dieses Wasser wirklich. Hier gibt es heute, dass das explodiert? Oh, irgendwas backt hier gerade. Da muss ich jetzt, ja die Folge ist eh dann gleich zu Ende, dann muss ich unbedingt mal kurz einmal auslocken. Ich habe auch gerade eine Framerate von über 200, was ich ganz krass finde. Ich glaube, jetzt könnte ich mit Shader spielen. Ich habe auch gerade eben über 100 gehabt, jetzt geht sie auf 60. Ich teste das jetzt noch kurz mal eben. Schon geht sie wieder ein bisschen nach unten, aber sie läuft. Und der Fehler ist weg, seltsam. Nein, ist er nicht. Manchmal ist es komisch. Manchmal darf man ein PC nicht verstehen oder die Elektronik. Einfach hinnehmen und fertig. Mhm. Der Bug, den ich gerade habe, ist echt komisch. Ich sehe mein Zeug nicht, das ich in der Hand habe. Ich sehe es erst, wenn ich es absetze. Könnte aber auch der Server sein. So wie sieht es zeitlich aus, müsst ihr jetzt eigentlich... Jetzt abmoderieren. Ja. Okay. Gut, Leute, das war es dann wohl wieder mit Wism. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wism. Schaut für den anderen vorbei. Und damit sage ich nur noch, sauber und tschüss. Ciao. Tschüss, Leute. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.